Ich glaube, dass wir dieses Zimmer immer wieder begegnen werden. Immer und immer wieder. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Gehen wir da durch? Nee. Mörder. Kannst du mal bitte zumachen? Mörder. Stand hier noch mehr? Ich will hier da. Achso, nee. Das ist nur ein Weg. Hier stand nichts. Okay, nee. War wirklich nur da, ne? Okay. Ich wollte gerade sagen, war das was? Was haben wir getan? Was im Himmels Willen haben wir getan? Was haben wir getan? Was im Himmels Willen haben wir getan? Mörder. Wow. Ich glaube, ich gucke da lieber nicht hin. Wow. Was war das denn? Scheiße. Scheiße. Und das Auge, ne? Da war das Auge gewesen. Da war das Auge gewesen. Oh nee. Oh nee. Nicht schon wieder. Oh nee. Oh nee. Bitte. Oh nee. Oh nee. Okay. 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 Ja. Okay. 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 Ich kriege Platz. Was hast du auf dem Gewissen, Junge? Oder was hast du getan? Ah, dieses Knirschen, ey. Ohne Witz ist das so eckerlich. Oh nee. Nicht schon wieder. Wer bist du, Alice? Das frage ich mich auch gerade. Da hinten steht er. Da, da. Da sieht man die Hand. Oh, nicht schon wieder. Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe nicht hingeguckt. Da steht was. Was steht was? Vorsicht. Ja, witzig. Habe ich. Vorsicht. Ja, mache ich. Ich gucke nur auf den Fußboden. Ich habe auf dich gewartet. Wenn du hinsiehst, bist du tot. Da, da, da ist er. Folge diesem Weg. Ja, witzig. Ich muss da erstmal hin. Der Weg ist für mich rot. Ähm. Wo muss ich jetzt hin? Hier? Feigling. Okay, die sind da immer noch. Ich will da auch gar nicht hin. Ganz ehrlich. Du bist ein Nichts. Hier sind noch mehr. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Oh, scheiße. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, er ist da. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss ihn warten, weil wir müssen da hin. Da müssen wir hin. Und er ist da hinten. Ich stehe mal auf, weil ich glaube, wir müssen wahrscheinlich gleich rennen. Ich werde es einfach gleich machen. Ich will gleich mal losrennen. Oh Gott. Du Heinig, aber man war das creepy. Du kannst dich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Würde ich gern, aber der Spiegel ist leider belegt. So hätte ich jetzt meine Blutverschmitte. Okay. Fresse gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme auch ein bisschen. Oh nein, bitte. Lass das nicht an. Wo? Wo ist er? Ach, läuft der hier schon. Okay, ich gucke mich mal eben um, ob die Tür auch auf geht. Oh ja, die geht ja auch auf. Okay. Ich nehme den hier. Das sah ganz niedlich aus. Was war das? Was war das? Ihr versteht dieses Spiel nicht. Es verwirrt mich. Achso, doch. Von da sind wir doch gekommen. Oh nee. Es gibt zwei Wege. Ernsthaft. Um Himmels Willen, warum tust du mir das an? Oh nee, ich will es nicht ansehen. Bin ich ganz... Das sind wir. Das sind wir. Oh nee. Nein, 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 nein. Wir gucken da nicht hin. Nein. 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 Scheiße. Alles klar. Ich lasse mir nichts an. Ist sie weg? Ist sie weg? Scheiße Hätten wir es eingeguckt, wären wir gestorben Was wären wir, wenn wir in der Ecke gegangen wären? Okay, wir hätten wahrscheinlich jede Ah, okay, wir hätten Beide Ecken nehmen können Das war damit gemeint Oh Gott Alter, die Spiele sind schon heftig Das ist echt schon heftig Motiv ist Durst, du hast aber eine wundervolle Stimme Hat man dir das schon gesagt? Noch mehr Hände Noch ein wunderschönes Foto Was nicht grün umrahmend ist Was bedeuten die? Mächtig soll wirklich aufheben Okay, da ist schon mal eine Tür Das ist beruhigend Oh, Verzeihung Es ist wirklich sehr beruhigend Wenn da eine Tür ist, aber der Raum ist Oh, fuck Alles klar Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Oh, Scheiße Oh, wow, 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 wow Oh, Scheiße Warte auf mich Ich komme Alter Scheiße Guck nach unten Ich guck nach unten Okay, es ist sinnvoll Nach unten zu gucken Wenn sowas kommt Wenn sowas kommt, nach unten Gucken Okay, hierhin Alter, ist das Krass, ey Alter This Das Alles klar Das Das Genau Er Das Nein Du siest Sieg Schmbal Du siest Jo Warm Achso, wir können uns gar nicht bewegen. Oh, ein Bild. Ja, schön. Das ist doch Jazz, oder? Das könnte Jazz sein, weil wir kriegen ja... Jetzt weiß ich, warum die das Spiel vor Epilepsie fahnt. Respekt. Ähm, das ist aber Jazz. Und wo sind wir jetzt? Wieder in einem Raum. Ist das krank. Und wieder der gleiche Raum. Okay. Okay, das ist... Es wird auch immer mehr, ne? Und gefühlsmäßig habe ich das Gefühl, es wird immer mehr. Aber... Wisst ihr was, Leute? Warte mal. Kann ich die Kamera auch? Okay, ich kann sie auch wegtun. Sehr schön. Ich meine kurz. Ich werde jetzt immer Feierabend machen. Anderthalb Stunden, das war nicht geplant. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ähm... Ich hoffe, wenn ich die nächste Aufnahme wieder starte, dass das dichter nur noch 10 Minuten sind. Ich weiß es nicht. Ähm... Wir werden es sehen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich kriege Hunger. Ja, ich trinke jetzt noch meinen Cappuccino aus meinen kalten. Und, ähm... Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Mit Mairage. Ich bedanke mich. Ich sage, auf Wiedersehen. Schlaft gut. Und schöne Träume. Nein, Schatz. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Und ich sage, bye bye. Byee. Musik Musik